Fabi, nach ein paar Wochen wieder mit der Mannschaft zusammen, kurz vorm Abflug. Wie ist so die Stimmung? Wie geht es so in dir gerade ab? Ja, Stimmung ist wie immer eigentlich sehr gut. Ein, zwei kommen noch nach, so wie der Olli zum Beispiel. Aber wir sind jetzt, also Großteil ist da. Alles super geklappt da, kein Stress, gar nichts passiert. Und ja, wir sind guter Dinge, dass wir da gut in Südafrika ankommen in ein paar Stündchen. Und ja, freuen uns natürlich schon drauf. Hoffentlich mit gutem Wetter dort. Ja, ich habe gehört, eher Regen, aber hoffen wir mal, dass es doch noch besser wird. Bist du so flugmäßig, zehn Stunden, über zehn Stunden? Habt ihr da so eigene Sachen, die ihr da über die lange Zeit noch macht? Ja, also so oft sind wir jetzt noch nicht so weit geflogen. Ein paar von uns sind mit der Jugend, mit der U21 damals nach Indien geflogen. Aber man hat da jetzt nicht so wirklich die spezielle Routine drin. Deswegen ist gut, ich habe gerade mit dem Flocke geredet, morgen Tag ist frei. Das ist gut, glaube ich, für uns als Regeneration, ein bisschen dort eingewöhnen. Und ja, Zeitunterschied ist ja zum Glück nur eine Stunde, also nichts Dramatisches. Und ja, das sollte alles passen. Guten Flug. Danke.